Ach Gott, Exoplanet, super. Ich glaube, der ist meine Hass-Map überhaupt. Auf der bin ich immer schlecht. Erst kämpfen wir, dann trinken wir. Viel Glück! Ja, erst kämpfen wir, dann trinken wir. Super gut. Ich darf den Flach machen. Aber bist du auch bei denen jetzt? Ja, ja, ich bin bei denen. Stimmt, du hast vor mir gestanden, stimmt. Das sind schon welche. Ey, ich bin... Ach, komm. Ah, fuck, ey. Ja, der Start ist schon mal sehr schön. Vielversprechend. Nach dem ersten Schusswechsel null. Ich habe einen und sogar mal nicht durch eine blind geworfene Granate, aber krippelig geschossen ohne Ende. Da hat jemand irgendwie... groß ist. Ma! Und da wir ja Effekt Steve sein wollen, das sind Doppelkills, insofern echt nice. Ma! Ich sehe nix von hier aus. Links aus der Höhle kommt einer, hab ihn. Von links, ich hab grad von links irgendwo die Feuer gekriegt, liet's. Ja, der ist auch im Pilot. Boah, den hab ich aber gerade noch so erwischt. Ja, hab ihn. Hab nochmal einen. Ja. Ah, wir laufen jetzt. War am Schuss, die haben ja keinen Bock mehr. Wir sind gelogen in der Gegend. Dieser Pilot hat gleich nichts mehr zu lachen. Ich hab meinen Titan. Meiner ist noch nicht da. Ich bin bei 59 erst, ey. Warum? Ich versteh das echt nicht. Ich hab meiner auch noch nicht gerufen. Jetzt bin ich bei 75. Ich bin bei dir. Ich bin jetzt tot. Ja, ich hab ihn. Sorry. Ja, ich konnte ihn leider nicht wegmachen. Sorry. Oh, da sind Titan. Ich hab meinen Titan auch immer noch nicht gerufen. Werden wir auch ganz recht, wenn wir noch ein bisschen warten. Ich bin bei 88%. Also ich hab meinen gleich. Oh, runterlach. Weg hier. 90%. Wie lang denn noch, ey? Ich spawne jetzt einen Titan. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich bin dir gegebenenfalls eine Batterie vorbei. Ja, ich kann jetzt meinen rufen. Ja, meiner ist jetzt. Meinen hab ich quasi weggeworfen. Das darf nicht wahr sein. Jetzt hat der natürlich gerade sein Seilengeschütz. Nein, klar. Das darf nicht wahr sein, ey. Das ist ein bisschen mega weg. Spawns stehst vor einem Titan. Und da hat der sein Special schon. Das war jetzt echt mega lame. Ich hab gerade den Talz genommen. Ich mach das System. Ich mach das System aktiv. Ich mach das System aktiv. Ich mach das System aktiv. Ah, der liegt aber noch, gell? Ja, aber der ist am Sack. Ich mach das System auch. Ich stand so doof und meine hat gebrannt, wie scheiße. Hm. So, wunderbar. Der ist down gegangen. Ich glaube, den Neotipen sind alle weg jetzt auch. Mittlerweile wieder. Ah, scheiße. War nur ein Specter. Bist im Moment zweiter. Stone Cold Wolf. Der ist da einer. Der Stone Cold Wolf leidet gegen Pisch. Ja, ich hab ihn wieder. Ich bin gegenüber von dir im Haus. Ah, scheiße. Weißt du? Ah, da hat einer dieses Hologramm. Und ich hab dann Hologramm geboxt und der konnte mich dann, ähm... Ja. Ach, die Schelle hast du aber auch verdient, du Wichser. So, ich hab jetzt auch... Und der hat mich dann weg und erschossen. Das kann nicht sein. Das ist crap. Die haben keine Zeit im Moment, glaub ich, gell? Ich sehe keinen. Nimmst diesen Piloten auseinander. Ein Auto haben sie. Meiner braucht noch ein bisschen. Ich bin bei 91%. Oh, hier droppt gerade einer. Ja, ich seh dich auf der Karte. Ich bin noch mal wegs. Da ist auch einer. Ich seh einen. Oh, die haben vier Titans online. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Hast du zufällig deine Batterie? Ich kann meinen rufen. Okay, noch besser. Batsch. Team Matiz. Sag mir, wo wir lang gehen. Ja, links würde ich sagen. Okay. Ja, da steht einer. Schlitz. Da, halbrecht stehen noch welche. Und hier ist ein Pilote irgendwo. Hast du den gesehen? Den halbrechten, wo ich meine? Direkt vor uns ist einer. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, der ist noch nicht hochgepackt. In zwei. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Fuck. Und die Schwerzsysteme ist quasi verbarer worden. Ah, scheiße. wir versuchen ich habe aber noch einen titan gekillt ich glaube zwei titans habe ich ich hab da hab dich gerecht mein äffchen und zwar im nahkampf noch was ich halt echt auch richtig lohnt ist die rieber wegzumachen wobei ich da sagen muss das finde ich absolut unverhältnismäßig bei mir verloren ja ich merke dann auch manchmal weil um ehrlich zu sein ich glaube ich habe es eigentlich gar nicht angefühlt da eben 107 geile runde aber der andere hast den gesehen der beste von denen 24 175 24 piloten ich hab drei titans auch da kann man mal so machen